Diese hier angebotene Einzimmerwohnung ist ab Oktober 2013 zur Zwischenmiete frei. Die Wohnung befindet sich in Büsseldorf-Bilg. Die Immobilie hat einen Personenaufzug. Die Wohnung verfügt über einen Parkplatz. Das Objekt wird über eine Etagenheizung beheizt. Bei einer Wohnfläche von ca. 18 Quadratmetern beläuft sich die Pauschalmiete dieser Wohnung auf 750 Euro pro Monat. Wir informieren Sie gerne unter eingeblendetem Kontakt. Näher Aufmerksamkeit.